Willkommen bei Profischnack.de. Heute zeige ich Ihnen zwei tolle Ledersofas, die wir aufgrund der Größe einzeln verkaufen. Und zwar das Modell 24250 242-50 Montana von Willi Schillig als Sofa N80 und Sofa N90 in einem ganz tollen Leder Z87-54. Handschuhweiches Anilinleder mit Dickledercharakter. Wow, natürliche Prägung. Nun, Montana ist ein Modell, eher klassisch orientiert, aber im Softlook. Auch der Sitz ist etwas weicher. Trotzdem haben sie viel Unterstützung, weil ein Federkern im Sitz ist. Die dezente Kontrastnaht betont die Linienführung. Eine bullige Ausstrahlung wird unterstützt durch den eingenähten Boden. Die Kissen sind alle fest, sodass nichts verrutschen kann. Alles ist etwas softer und trotzdem sitze ich ergonomisch. Sie können natürlich auf jedem dieser Sofas wunderbar liegen. Und Sie haben viel Platz auch für mehrere Personen. Hier können locker drei, vier Leute sitzen. Das Sofa N90 kostet bei uns nur 1390 Euro statt ungefähr 3000 Euro. Und das kleinere Sofa N80 1350 Euro. Sie können sie im Set kaufen oder einzeln. Transportkosten kommen hinzu. Billiger sind sie deswegen, weil es ein Messestück ist. Fehler haben wir keine festgestellt. Keine Menge. So, und was gibt es noch zu sagen? Wenn Sie ein Sofa in klassischer Optik im Softlock suchen, in einem tollen, weichen Leder und braun Ihre Farbe ist, dann ist vielleicht Montana Ihr Modell. Als einzelnes Sofa oder für beide zusammen. Schnappen Sie zu. Dankeschön. Ihr Nutz Reinhardt. Und Tschüss. Tschüss. Tschüss.